die johann und herzlich willkommen zu einer weiteren folge wo wir schon wieder mit dem ganzen Team mit dabei und ich will eben nicht gleich so viel zu tun, so ist die Karstowitsch. Genau, ja, die Trevi arbeitet schon geworden, vielleicht. Ich habe schon sehr viel gearbeitet, wir sind schon fast fertig, würde ich mal sagen. Also ich habe Obsidian noch gesehen. Ich habe schon lange, ich habe da unten gesehen. Die überfordert mich einfach nur. Ich weiß schon, was will ich denn? Nein. Das kann auch so. Das kann auch so, ich mache mir alles vieler Spaß, da wir eine Play haben. So, ich... Wenn ihr dann fertig seid, kann ich nicht die Kraft nehmen. Uh, oh, der andere Ziel kommt. Aber noch dürfen wir nicht anreißen. Ich habe gleich weiter er hat mich so ich muss nun zweiten Ofen machen Prozent Doris ist er immer schön auf das soll nicht so Fieberklasse nicht dann auch denn erst mal eine Menge das ist sehr gut das ist mir persönlich aber kann können wir das auch gestellt dass sie für diverse Waffen brauche und wie in den vorherigen Folgen obwohl ihr da nicht so viel abbildlich durch die Nacht nicht zu verspringen den den Krieg an und meine Stimme verkackt gegen die Kraft wieder ein er hat er hat die Hälfte die Hälfte zu besuchen für die er hat er da so bleibt treu ich mich auch einfach und kann was wir sind das war die eigentlich die weil ich habe doch und auch die Gäste und von der Runden das ist mit sich kommt direkt über den Kieper Spawner raus ist das nicht ein bisschen äh scheiße er das ist dann irgendwo noch uns bei einem stück heute als größten was nicht mehr das ist ja denn es geht geht auch noch alle noch dass die Welt muss ich dann auch der Reise anbieten was ist da los? Die wollten nur kurz schnuppern kommen, glaube ich. So, ähm, ich brauche mal ein Expekt. Da ist eine Hülle. Hier ist noch Eis. Das ist ein bisschen witzig. Jeder von uns, aber ich meine, die Folgen halt davor, bevor ihr die Quelle gebaut habt, haben wir ja auch schon ganz gut was gefarmt. So, Chris, wo ist jetzt dieser doofe Spawner? Ich bin in der Höhle. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist eine Höhle. Nee, ich finde in unseren komischen Gang davon ist. Ja, das ist ein bisschen zu viel. Aber trotzdem. Unserer. Aber so ist das, was du schon mal wieder warst. Aber so ist es, das ist ein bisschen zu viel. Ja, das ist das, was du schon gesagt hast. Oh, da ist das, was du schon gesagt hast. Ja, das ist ja auch so. weil ich könnte zwei Euro wenn man die zweite vor Ort die Klinik aber ich höre schon so wie ist das ist noch ein das muss man kommen will ich hab dir das Klasse also er ich bin nicht nur so und links ist im ist man ihr habt alles rausgenommen hier ist es um ein doch zum Beispiel das Jahr auch unter hier sind nicht viel hinter dir er ist gut er hat Kost ich weiß nicht die Verscheidung ist er nur schon noch mehr aber es wird ja auch immer ein Schuss heute wird es verweist nicht auch nicht so gut ich sehe was du erinnerst das auch es ist ich weiß jetzt wo ich mich nicht einfach untergraben die Grunde aus ein schön wir brauchen mehr er hat er hat es nur den mann zu sehen über das brauner und das auf den Weg er hier über die Ruhm so es sind Schäden für den Gesetz das nicht abbauen auch so ist es auf den Nächsten so hoch und das ist das ist die Städte als sie ist der mit der Krone ist mehr das war 8 das kann man kurz diese rücksicht das ist möglich ich weiß heute so hoch als sich selbst gründen durch eine Brücke hin so dass ich nicht untergeschossen werden kann die Treppe so, die Wendeltreppe nach oben das wollte ich doch eben ja ja kannst du noch kurz Glas mit deinem ich bin gerade am schnellsten weiter, oder? da ja auf jeden Fall sehr gut das nimm mal raus ja, du hast ja elf, du nehmt mich hier gewusst ah na na das war ich mal direkt zu OP-Creepern eh, da soll doch nicht ja ah, wie viele Greener sind das bitte schön ja ja okay, die blau-rot-grün leuchten haja ja das war jetzt eigentlich nicht die Rechte das ist st da ich bin einig jetzt wollen nur solche OP-Dinger auch schon für heute in der Tat wir haben aber keine Karte mehr das ist eine Menge heißen Das ist blöd. Bau den mal ab und stell den da unten hin, statt dem in der Abstandsalter. So, ähm, die bräuchte ich so. Dann so. Ähm, äh, Werkstattsmalter. Der Metal-Gemützer braucht doch grad hier Classy. Oder? Äh, wo? Ja, der Intellect, den Fütter nicht abbauen, der ist ein wichtiger. Weiter ist Redstone drin. Dann verloor. Yay, ich hab's gleich, muss nur noch zusammenfügen jetzt. Ich brauche nur Eis. Will ich das ganze Eis nehmen? So Eis! Und Obsidian. Oh, renn, renn, renn! Renn weiter! Habe ich nicht jemanden bekommen? Wow, renn, 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 renn! Da liegen Diamanten und so? Na ja, schön. Einmal einlegen bitte. Guck nur da mal. So können wir, glaube ich, anfühlen. Nein, 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 nein. Warten, warte, bis man nicht so weit ist. Ähm... Alter, da sind aber wirklich nur solche übelsten übertriebenen Creepern, ne? Ja, genau. Ja, genau. Da unten, stellst du ein Cable her? Ne? Ja, da haben's für ein Ritz. Ja, oder? Ähm, stell dich mal hier... Hier drauf? So. Hat das jetzt grad kurz geklackert? Nehm, ne. Na, jetzt, nacht. Der Teil ist ein Creeper-Spawner. Können wir uns noch... Problem ist, aus diesem Creeper-Spawner komm einfach nur... Hallo? Du wolltest ja auch nicht mit nur OP-Creepern! Woah! Ähm... Juhu! Alles klar, Chris möchte nicht schlafen gehen. Davon öfter hat 30% was wir jetzt sind. Ja, jetzt... Nein, jetzt geht der Bord auf. Nein, die Diamanten wurden weggesprengt. Nein! Jungen, übertrag mal nicht. Ah, das sind... Ah, das sind wirklich einfach nur so... Behinderte... Ähm... OP-Quiper. Ich guck mal, was von uns... wie fehlt so ein Teil... irgendeine Maschine. Also, also wenn Minengang kommt, ne? Nicht wunderbar, wenn von oben so Creeper regnen. Okay, boll ich da eben... Wo noch dieser dringenden... Ne, mag mal... Die ist voll, ne. Warte mal, ich bau den jetzt einfach mal da unten. Es ist egal, ich bau den. Ich brauche den. Mach dummer die Art nicht. Ja, wo mach ich genau. Ich verpässe mich hier wieder. Es ist mir eindeutig zu, ne? Ob ich mich noch mal da rein? Ich komme wieder hoch, meine Freunde. repelekunde... Das sind, das sind einfach die übertriebenen Creepern, ohne Witz, das sind Tüdy, so... Ohne Witz... ...und, das ist, dass... Wie bauen wir den Harvester auf? Harvester? Wir müssen erstmal überlegen, wo wir den Harvester hinklatschen. Ich weiß wo. Ja, dahinter liegt gar nicht. Er braucht aber auch Stroh. Stroh. Und da wir noch einen Stroh haben... Ja klar, wir stellen ihn da mitten auf der Köse. Ich will hier so ein bisschen handeln. Die wollen bestimmt unser Kaktusgrün dafür ausbekommen sie nicht. Ja, nee, komm. Nicht sein. Das ist unser Vorteil. Das ist ein Moment. Fluidtransporter, was ist das denn? Ich. Ich verwendete, was hier alles macht. Ihr bekommt wohl zu nicht dir. Er genau, Chris. Er genau, auflassen sie sich ein. Äh, mein Fieberklasse ist fertig. Die Frage war ja, na... Rengpulver. Ähm... N eerhin التي erzinne dictator hat. Ah, ja. Schalm cliquei schuldig ein bisschen, was wir gemacht, von Maгу 해� müsse? Ja, ich sehe überhaupt nichts. Neh. Sie sind drei Seiten drei manchen zwei sonange! Ah, ja, ich hoffe auch so. ist ist ein Zeichen ich werde keine Vorhandlungen geworden wenn man so hat ihn ein oder schluss müssen dann definitiv das ausgehen oder soll ich schon uns Osmond 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 der Städte er kann auch ruhig so ist uns in Lafislazuli auf meinen Hammer ich habe ja gestern fleißig was gefahren kann es sein dass der server gerade ein bisschen leckt kann es sein dass der server gerade so ein bisschen leckt es war also sie haben den Preis was soll er ich habe ich habe mich bei der Maschinen und ich werde den Spawner der nicht in der Europäer Spawn das können wir damit auch zu Spana machen, dann regeln wir dann der Quider das. Ja, bei uns geht es gerade zu richtig ab. Ja, bei uns ist recht die Party übertrieben. So. Ah! Kommt das hin, da und komm noch eins. Es geht wieder los, Leute, es geht... Ah, dann! Ich schlieb dann aber. Klar doch. Ähm... Ich gucke mal gerade, was Tunch стало. Weiter, der ehig ist wie derliche St Jaess��. Na ich wäre das an dunkles Neibau. Na. Oh, ich brauche genauso selbst... Ich komme da nicht mehr los! Okay. Ok Wo ist der zweite Ohr? Scheiße, ähm, E Ich bau das dann noch um die Maschinen Guck mal die, äh, die kommt weg aus Oh mein Gott, guck, was der Stein da drin hat Glaub davon kann man was wegschmeißen Ne, ne, wir brauchen noch Stein zum Norden Oh, Kalt, natürlich, dass ich da rein Lass das mal ruhig da drin Ok Mal Das ist jetzt ein bisschen Holz Ich mal erst mal, das ist so Na, richtig Davon wollte ich erst mal 5 Stück So, äh, die Zeit sagt übrigens 20 Minuten Ein Was, egal So, dann, was bräuchte denn noch Dafür Vier Propeller hab ich So, äh, E Das bräuchte Das bräuchte Das bräuchte Das bräuchte Das bräuchte So, richtig Ich, äh, sagen wir schon mal die ersten Teile für sich für ein Flugzeug übrigens ist schlacht mit dem Sturken das ist sie nicht mehr die Körperschaft aus Köln 4 6 hochkrieg und dafür brauche ich es 18 Leder mit was kann man es Prozent das war später Brotten und jetzt nicht auch wieder mehr einfach kein Leder mehr wir wollen uns sehen das ist ja man hat bei denen sind jetzt die alle wieder so er wohl war ähm und hier unten sind noch 16 wett so falls versuchten haben wir im me system leder bestimmt ich darf mir das bestimmt stimmte zu mir ist haben und ohne auch die konfiguration ausschalten hier ist kein leder aufschieben kann man nicht ziehen außer bei den zwei teilen die spritzen bis jetzt die gröner ob die das ist ich nicht nicht es ist doch es zu tun ganz gut wir sind das ist das muss und die ja die 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 sich vor allem ich will jetzt ist ein an die wir brauchen deutlich mehr Kühleute ist der Klinik Henning R. Internet ja wohl bleibt ja noch Man, was ist denn schon wieder los? Ja, wir haben ja noch einen. Haben noch einen. Ich muss auf jeden Fall wieder einen Neta Quarz holen. Achtung, Zombie. Wo im Voraus schon mal waren. So, ich hoffe es geht wieder und... Ähm Leute, wir brauchen übrigens massig Kühe jetzt, weil ich brauche das Leder. Oh, jetzt gehts aber los hier, kaum mehr. Krieg, 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 krieg. Bleiben unsere Kühe noch? Ja, komm rein. Das stimmt hier nicht mehr. Ja, die Kühe, die Kühe sollten, die Kühe sollten kurz, äh, fischig machen und so, ne? Oh, guck mal, da kommt ein Zombie mit Goldrissi. Oh, und das ist ein Skelett. Und da kommt noch mehr und wir sind bei 24 Minuten. So, ich hab euch die Monster ferngehalten. Ich hab jetzt euch mal noch ein weiteres Tool jetzt grad mal hier hingestellt. Das ist dann später halt sehr, sehr wichtig. Ja, die Kühe, 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 die Kühe. Ich hab jetzt mal mit mir gebrochen, die Kühe, 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 die Kühe. Dann gucken wir jetzt mal rum rein. okay mit der Wiedersprung Gold und war jetzt Eisen drin hier in dieser Dings oder ist das Gold in der in der Smell-Tree um und dann und ich da ein bisschen heißen und jetzt kommt Prozent nicht ich habe das das die Art ist wir sind jetzt bei 26 Minuten und gleiche wir sollten jetzt werden wir bekommen dann auch die Wertung an der Welt beim Gegner Team auch wie es bei denen abgeht da ist es in der nächsten Folge erhaut bis zum nächsten Mal